Wir haben hier so einen Triebsatz vor uns vom 500 Vario, ML90 heißt er, und an dem möchte ich das gerne erläutern. Wir kommen hier von der Motorkurbelwelle ins Getriebe, in den Triebsatz rein, kommen zum Planetensatz. Da sehen wir das erste und das zweite Zahnrad. Das zweite Zahnrad überträgt die Kraft auf die Hydropumpe, das wäre das Zahnrad Nummer 3. Jetzt schauen wir uns die Seite Hydromotor an, der endet in einer Welle mit zwei Zahnrädern, Zahnrad 4, Zahnrad 5, direkt drunter mit der Fahrbereichsschaltung Zahnrad 6 und Zahnrad 7. Jetzt bleibt noch der Planetensatz übrig, jetzt ziehen wir das ein bisschen auseinander. Da haben wir am Hohlrad das Zahnrad Nummer 8, die drei Planetenräder 9, 10 und 11 und in der Mitte drin das Sonnenrad, Zahnrad Nummer 12. Das heißt, wir haben in diesem kompletten Triebsatz 12 Zahnräder drin.